Hallo, mein Name ist Milla. Ich möchte euch mal das Studio zeigen. Wir shooten nämlich heute für Miss City Man. Miss City Man geht online und wir wollten heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und da nehme ich euch doch einfach mal mit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, mir gefällt die Mode. Ich bin schick. Willst du dich holen? Macht total Spaß, so viele Outfits anzupedieren. Immer was Neues, anderes Stil, Stiles. Und dir? Ja, ich finde es sehr gut. Also frisch, sommerlich, knapp und super sexy. Ja, sexy, das ist wichtig, ne? Nein, ich fühle mich auch sehr wohl. Die Kleider gefallen mir sehr gut. Es ist sehr abwechslungsreich und ich fühle mich sehr wohl in den Kleidern. Und ich kann das Ganze nur weiterempfehlen. Und schöne Atmosphäre. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Das war's.